Guten Morgen liebe Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu unserem Video Adventskalender mit der kurzen und knackigen Öffnung des Brettspiel Adventskalenders. Heute Tür 19 natürlich. Echt schon der 19. In ein paar Tagen ist es soweit. Wo ist es? Ich habe schon wieder... Ah hier unten. Ja hier, hier, genau. Wie bei jedem guten Adventskalender muss man ein bisschen suchen, aber das gehört ja dazu. Ja, das gehört dazu. Oh, die ist ganz klein. Mal zur Abwechslung. Karten wieder mal für Hawkeye. Kurz noch nicht klar, wofür es genau ist. Mal auspacken. Für Dice Masters. Ja klar, von Wizz Kids hier. Hawkeye Heldenfall. Einmal pro Zug kannst du in deiner Hauptphase einen von dir kontrollierten Hawkeye Würfel K.O. schlagen. Füge dann Schaden in Höhe seines Angriffswerks zu und verteile beliebig auf die Charaktere deines Gegners. Aber das ist ja quasi nur eine Karte für Hawkeye. Also für diesen Helden von Dice Masters. Das sind beide keine Dice Masters Spieler. Wobei ich dazu auch schon mal sagen kann, unser Gastrezendent, unser neuer, der Alex, der ist tatsächlich ein Dice Masters Spieler. Und er hat schon so angekündigt, dass er da was machen will. Also vielleicht könnt ihr bald bei uns auch was zu Dice Masters auf dem Kanal sehen. Ich würde es auch gerne mal spielen. Ja, ist auf jeden Fall eigentlichs genau mein Ding. Oder Superhelden, Würfel, was will man mehr? Und das ist halt für Hawkeye halt eine extra Karte. Also alle Dice Masters Spieler freuen sich jetzt, hoffe ich zumindest. Und alle anderen freuen sich dann auf morgen, wenn wir das nächste Türchen aufmachen. Genau, am 20. Bis dahin. Bis dann, tschüss.